Für die Methode Mindmap arbeiten die Schülerinnen und Schüler zunächst am Material. Sie arbeiten Begriffe heraus und notieren diese Begriffe in den entsprechenden Kategorien und in entsprechenden Farben, je nachdem, was man vorher abgesprochen hat. Im zweiten Schritt entstehen aus diesen Notizen die Äste einer Mindmap. Das heißt, in der Mitte wird das Thema notiert und in den Ästen kommen die Unterthemen und die feineren Unterscheidungen zum Tragen. Eine Mindmap lässt sich digital ganz einfach auf mindmap-online.de erstellen. Diese Mindmaps haben den Nachteil, dass sie nicht von anderen bearbeitet werden können. Aber hier kann jeder Schüler eine Mindmap erstellen, ohne dass er sich registrieren muss. Außerdem ist die Seite werbefrei. So wird einfach eine individuelle Mindmap erstellt und sie kann dann auch anschließend noch weiter bearbeitet werden. Wenn man die Seite aufgerufen hat, sieht man nochmal alle Optionen, die grundsätzlich überschaubar sind. Ich kann die Mindmap speichern, ausdrucken, mit anderen teilen, aber eben nur so, dass andere sie sehen können. Ich kann die Textfarbe, die Hintergrundfarbe, die Textgröße einstellen und Bilder einfügen. Die Steuerung ist sehr intuitiv. Es ist kostenlos, ohne Registrierung und hier sind nochmal die wichtigsten Elemente, wie man das macht. Die Bedienung ist wirklich sehr einfach. Beispielsweise kann ich an dieser Stelle zeigen, mit dem rechten Mausklick können wir einen Ast löschen. Wir machen einmal ein kleines Beispiel für die Gewässer, die wichtig sind innerhalb der Chemie. Dort unterscheiden wir, das hätten die Schülerinnen und Schüler jetzt beispielsweise aus dem Text herausgearbeitet, zwischen den Binnengewässern und den Meeren. Dementsprechend kann man dann auch auf die nächste Ebene gehen und hier unterscheiden zwischen den Fließgewässern und den Stillgewässern. Die übrigen Äste brauchen wir an dieser Stelle nicht. Stattdessen können wir an dieser Stelle die Nebenmeere unterscheiden von den Ozeanen. Auch hier ist keine weitere Unterscheidung notwendig innerhalb der Ebene. Wenn wir dann feststellen, wir brauchen noch weitere Äste, wie zum Beispiel hier, können wir natürlich Fließgewässer unterscheiden von künstlichen. Und dazu müssen wir bei den Stillgewässern ebenfalls zwischen natürlich und künstlich unterscheiden. Dann stellen wir vielleicht fest, oh, wir haben diesen Ast hier falsch zugeordnet. Das heißt, wir können einfach umsortieren. Wenn auf diese Weise die Mindmap vollständig erstellt wurde, kann man am Ende die Mindmap mit jemandem teilen. Also einen Link generieren, den man kopieren und teilen kann. Alternativ kann man die Datei auch als Bilddatei abspeichern. Sie drucken oder als PDF speichern und notfalls auch, wenn man das Ganze als Mindmap gespeichert hat, als Nightmap wieder öffnen. Je nach methodischer Weiterführung kann man die Mindmap also unterschiedlich weiter nutzen. Die CB Untertitelung des ZDF, 2020